Bau, Energie und Leben. Diese drei Säulen bilden das Leistungsbild von Michael C. Fritsche, Ihrem Ingenieur- und Sachverständigenbüro in Bamberg. Seit 2007 agieren wir fachlich am Objekt und persönlich zu den Menschen. Von der Beratung zur erfolgreichen Realisierung Ihrer Baumaßnahmen, über sachverständige Gutachten bei Kauf- und Verkaufsentscheidungen, bis hin zur energetischen Bewertung, können Sie sich auf unsere Expertise verlassen. Vorträge und Schulungen, mit denen wir unser Fachwissen vermitteln, runden die Nachhaltigkeit unserer Kundenzufriedenheit ab. Überzeugen Sie sich selbst. Gerne beraten wir Sie.